Hola, ¿cómo estás? Aquí está nuevamente Lucia. In diesem Video lernst du einige Formen der Verneinung im Spanischen. Du solltest vorher die Videos zu den Indefinit-Begleitern und Pronomen angeschaut haben und die Formen nada, nadie, ningun, ninguno bereits kennen. Nach dem Video kennst du dann alle Verneinungsformen im Spanischen und kannst ein paar Sätze übersetzen. No, no, y no. Nein, nein und nochmals nein. Verneinungswörter und doppelte Verneinung. 1. Bejahte und verneinte Formen. Du kennst schon die Paare Algo und Nada, etwas und nichts, Algen und Nadje. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com auf www.sofatutor.com